ja ein ganz ganz herzliches willkommen zu unserer nächsten folge vom kopf und herz podcast wir unterhalten uns heute über das spannende thema der ehrenamtlichen mitarbeiterschaft ja kirche lebt ja von ehrenamtlichen mitarbeitern und gleichzeitig ist es aber auch eine spannung eine herausforderung wo sind da grenzen wie können wir das ganze gesund leben gibt es eine gesunde aktivität ungesunde aktivität ungesunde passivität gesunde passivität all diese themen behandeln wir hier im podcast also sei gespannt ja es ist wieder so weit wir starten mit einer neuen podcast folge und wir widmen uns in dieser folge dem thema der ehrenamtlichen mitarbeiterschaft und er wie die kirche lebt ja von ehrenamtlicher mitarbeiterschaft ich muss sagen ich kenne eigentlich kein pastor kein teamleiter außerhalb von von unserer kirche aber auch innerhalb von unserer kirche teamleiter die die sagen ich bin eigentlich relativ gut versorgt mit mitarbeitern und ich brauche da niemanden mehr es ist also ein thema womit eigentlich jeder teamleiter jeder pastor mit zu tun hat so und ja wenn ich auf uns auch als kirche schaue dann ist es ja schon echt beeindruckend wir hatten letztens mal so eine zahl analysiert dass es 220 ehrenamtliche mitarbeiter sind die hier in der kirche aktiv sind und ja gerade auch im letzten halben jahr haben wir uns stärker auch dem thema noch mal gewidmet der ganzen mitarbeiterschaft haben das auch für uns reflektiert nimmt uns da vielleicht mal ganz kurz mit rein was für einen rahmen war das wo wir das thema auch noch mal stärker reflektiert haben ja genau wir fahren ja meistens anfang des jahres in den ersten paar wochen zu einem visions wochenende nennen wir das und da sind meistens das leitungsteam aber auch andere leitende ehrenamtliche mitarbeiter dabei wir waren glaube ich diesmal knapp über 20 leitende und da stellen wir uns meistens so einige fragen vielleicht auch für das kommende jahr aber auch langfristig arbeiten an so gewissen themen die jetzt nicht nur irgendwie organisatorisch oder jetzt dass die nächsten dinge betreffen sondern eher auch die langfristiger natur sind und dieses mal haben wir uns tatsächlich auch der frage gestellt ja wie sieht ehrenamtliche mitarbeit bei uns in der kirche aus wie läuft es haben versucht so eine kleine analyse zu machen von den vielen teamleitern zu hören wie sie das erleben genau und das ist halt ich war erst jetzt die letzten tage auf einer tagung mit vielen gemeindegründern und auch pastoren und ja das ist immer das thema und ich sage immer gemeinden die genug geld und genug mitarbeiter haben die haben halt keine vision weil solange du eine vision hast wirst du immer zu wenig geld und immer zu wenig mitarbeiter haben und ich meine das ist so ne als wir als wir 20 mitarbeiter hatten vor ich sag mal vielleicht 13 jahren hat man zu wenig und dann hat man 220 und das ist immer noch zu wenig also man kann auch sagen dass es irgendwie auch ein gesundes problem ist genau ich glaube es ist ich glaube erst mal dass es der dass es ein normalzustand ist für eine gemeinde die wächst für eine gemeinde die eine gewisse vision hat die irgendwo hin will dass du immer den eindruck hast boah ja wenn wir noch zehn mitarbeiter mehr hätten dann könnten wir noch das und das ne und wenn wir 20.000 euro mehr hätten dann könnten wir noch das und das also im endeffekt solange wir irgendwie ideen und visionen haben und den eindruck haben gott hat da etwas mit uns vor ist das eigentlich etwas was uns nicht beunruhigen muss und dennoch muss man sich ja der frage stellen so wie gehen wie gehen wir damit um wie packen wir das an vor allem auch was ist dann auch angemessen an zielen an vorhaben an projekten zu der mitarbeiterschaft ist klar dass wir vor zehn jahren nicht die projekte stemmen konnten die wir heute stemmen aber auch heute müssen wir uns gucken was ist angemessen und so daher hat das sicherlich einen großen einfluss darauf ja ja also wir haben das im rahmen des visions wochenende gemacht vielleicht ganz kurz gab es einen bestimmten anlass warum das thema jetzt gerade dran war oder aufgekommen ist warum wir es thematisiert haben also es gab keinen keinen akuten anlass aber es ist schon zu beobachten dass gerade in der gesamten corona zeit vermutlich ein bestimmter trend sich noch mal verstärkt hat der schon vorher da war aber dass ganz viele gemeinden aber auch andere auch sportvereine und alle möglichen organisationen einen gewissen wandel erleben gerade wenn es um ehrenamtliche mitarbeit geht also ich bin ja ein bisschen im ausdauersport und triathlon und so unterwegs und da ist es zum beispiel so dass in den letzten jahren auch nach corona obwohl das dann möglich war verschiedene veranstaltungen nicht stattgefunden haben weil zu wenig ehrenamtliche mitarbeiter da waren wir haben nicht das problem dass wir sagen okay wir haben jetzt viel weniger ehrenamtliche mitarbeiter als vor corona aber dennoch merken wir dass sich in der mitarbeit etwas verschiebt da kommen wir ja gleich vermutlich zu und deshalb ist es schon für uns ein anliegen gewesen hey lass uns da noch mal genauer hinschauen was verändert sich da wie müssen wir uns für die zukunft aufstellen wie können wir menschen dabei helfen dass sie in einer guten art und weise hier mitarbeiten aber auch ihren platz finden und ja da hatten wir eine reihe von fragen wo wir dachten hey da wäre es gut mit den experten zu diesem thema also die leute die die in den ganzen teams verantwortung tragen mit denen gemeinsam an diesen fragen zu arbeiten ja ja und bei diesem visions wochenende haben wir ja unterschiedliche themen dann behandelt wir haben so eine mitarbeiter journey gemacht wo wir uns die frage gestellt haben und gemeinsam mit den teamleitern dann reflektiert haben wie wird eigentlich jemand der der gast ist der erstmal interessierter ist wie wird er dann irgendwann zu einem teammitglied oder auch zu einem leitenden mitarbeiter wir haben dinge gehabt wie ist es wenn jemand von einem festen teammitglied dann plötzlich zu einem wieder komplett zu einem gast wird sag ich mal wo er aussteigt also unterschiedliche dinge die wir dort reflektiert haben was waren da für dich so die wichtigsten erkenntnisse aus aus dieser gesamten zeit ja also zunächst einmal wurde sehr deutlich dass wir wir in der mitarbeiterschaft eine hohe dynamik haben und sehr viel bewegung haben also das bedeutet wenn das vielleicht vor vielen jahren noch so war wenn jemand irgendwie seinen platz und seinen dienst gefunden hat dann hat er das 10 20 jahre irgendwie gemacht dann ist heute die situation sehr anders es ist also viel häufiger normal dass jemand zwei drei jahre etwas macht und dann sich etwas neues sucht und etwas anderes macht wir haben sehr viel bewegung auch zwischen den teams gesehen und dann sich wir haben einfach mal gesagt okay für den zeitraum der letzten zwei jahre der letzten zwei jahre schauen wir mal an wie war da die bewegung wir hatten ungefähr also wir hatten circa 20 leitende mitarbeiter und das waren vermutlich so 80 prozent der bereiche oder teams waren dadurch irgendwie abgedeckt und das bedeutet die zahlen sind jetzt nicht absolut aber da kam zum beispiel heraus dass 91 leute in diesen zwei jahren sich ein team oder ein dienst angeschaut haben und 72 leute neu in ein team als festes mitglied eingestiegen sind wir können also meistens vermutlich dann nochmal 10 15 draufsetzen weil nicht alle teams vorhanden waren aber das bedeutet das zeigt schon eine große dynamik dass viele leute und circa über 100 leute vermutlich sich irgendeinen dienst angeguckt haben 70 80 leute auch neu in ein team eingestiegen sind das bedeutet alle teams also kein team wird genauso zusammengesetzt sein wie es vor zwei jahren da war manche teams haben sich zu 50 60 70 prozent ausgetauscht bei anderen gibt es mehr kontinuität ja und dafür sind wir erstmal super dankbar dass erstmal so eine große bereitschaft da ist mitzuarbeiten dass viele leute mit dabei sind sich sich investieren und auch viele leute neu in teams hineingekommen sind ja es sind ja an sich zur gemeinde auch in den letzten ein zwei jahren einfach viele leute neu dazu gekommen da ist viel bewegung da und viele haben auch schon den weg in einen dienst gefunden das ist das ist mega es zeigt aber auch die herausforderung dass das nicht mehr die ausnahmesituation ist dass jemand neu in ein team hineinkommt sondern das ist eigentlich die normalität ist es ist und das ist natürlich eine große herausforderung auch zum beispiel für all unsere teamleiter und teamleiterinnen zu gucken wie wie schaffen wir es mitarbeiter gut darin zu begleiten platz zu finden im team so man spricht da vom onboarding prozess so also wie werden leute so richtig teil des teams das ist nämlich nicht nur okay wie haben sie alle möglichen informationen sondern das hat auch eine beziehungsebene und team ebene und all das ganze das ist sicherlich eine herausforderung war spannend das so zu sehen aber es sind auch beispielsweise 31 leute aus teams ausgestiegen manche von diesen 31 sind vielleicht in einen anderen team eingestiegen andere vielleicht komplett raus ja und da war es auch spannend weil wir die frage gestellt haben wenn man weiß warum leute ausgestiegen sind was waren die gründe die meisten teamleiter haben ja dann mit den leuten gesprochen die auch mit einem dienst aufgehört haben und der nummer eins grund mit abstand waren veränderte lebensumstände ja also das bedeutet leute sind umgezogen leute haben ein kind bekommen ja oder was auch immer für lebensumstände neuen job und da ist erst mal ein anderer fokus dran oder so etwas also das war grund nummer eins grund nummer zwei und das ist für uns schon auch etwas was uns zu denken gibt und was auch eine hausaufgabe für uns gewesen ist und auch immer noch ist grund nummer zwei war dass sich leute überlastet gefühlt haben und deshalb mit dem dienst aufgehört haben und das ist natürlich etwas was was sehr spannend ist und für uns sehr wichtig ist zu bearbeiten warum fühlen sich menschen überlastet und hören dann mit diesem dienst auf manchmal hat das direkt mit dem dienst zu tun manchmal ist die last auch eher weil an anderen stellen privat job oder wie auch immer und sie merken einfach insgesamt ich fühle mich gerade überlastet und komme da nicht hinterher aber das ist ein großes thema ja andere gründe waren dann noch dass sie etwas passenderes gefunden haben zum anderen dienst oder aber auch dinge so weniger schöne sachen wie enttäuschungen konflikte mangelnde wertschätzungen so das waren zwar sehr vereinzelnd lang nicht so viel wie die ersten beiden aber so etwas gibt es auch und genau deshalb muss man das auch zur sprache bringen ja ja also es ist ja schon super spannend und ich glaube ist ganze thema mitarbeiterschaft zeigt ja auch dass es in so einer spannung ist auf der einen seite lebt kirche eben von von diesen ehrenamtlichen mitarbeitern und auf der anderen seite gibt es dann halt erfahrungsberichte gründe wo personen aussteigen weil sie überlastet sind weil sie ihre zeit heute vielleicht auch besser schützen als je zuvor schreibt zum beispiel carry new auf autor und pastor zu dem ganzen thema von mitarbeiterschaft dass er sagt er hat den eindruck auch nach der pandemie jetzt dass sich sehr sehr viel neu sortiert und dass menschen personen sich ihre zeit einfach deutlich besser schützen als zuvor und sich dann auch ja deutlich intensiver die frage stellen warum sollte ich eigentlich in ein team gehen warum sollte ich in der in der kirche ehrenamtlich mitarbeiten genau also das ist das das ist spannend weil es gibt das hatte ich erst diese woche mitbekommen also in deutschland kann man nicht sagen dass es weniger ehrenamtliche mitarbeiter insgesamt über vereine organisation und sowas gibt also jetzt auch nach der pandemie genau nach der pandemie die anzahl ist nicht geringer insgesamt an ehrenamtlichen mitarbeitern aber die art der mitarbeit hat sich stark verändert erstens der umfang ist deutlich geringer geworden also dort wo menschen nochmal ich habe erst jetzt von einem pastor gehört der schon 40 jahre im dienst ist und der gesagt hat ja vor 20 30 jahren war es nicht extrem außergewöhnlich dass ehrenamtliche mitarbeitende 10 bis 15 stunden die woche in gemeinde investiert haben ja so das ist heute eigentlich undenkbar also es gibt absolute ausnahmen die vielleicht mal zehn stunden aber das ist eigentlich sehr außergewöhnlich das bedeutet da gibt es schon seit jahrzehnten ein trend und der wird jetzt deutlich das bedeutet der umfang ist geringer und das bedeutet aber wenn man das jetzt mal so ganz mathematisch aufrechnet wenn ein bestimmter dienst zehn stunden die woche benötigt und früher eine person das machte und die leute heute aber nicht zehn sondern drei 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 stunden oder wie auch immer ja dann brauchst du für denselben dienst heute nicht eine person sondern drei personen um die gleiche masse an arbeit sozusagen umsetzen zu können und das verändert natürlich etwas wie groß teams gemacht werden müssen wie arbeit aufgeteilt werden muss und so kann das sein dass wir gar nicht weniger mitarbeitende haben aber trotzdem den eindruck haben noch stärker den eindruck haben an mitarbeitermangel weil auch die verfügbarkeit oder die kapazität sich verändert hat würdest du dann auch sagen das wird dir auch bedeuten dass gerade auch teamleiter mehr damit zu tun haben auch größere teams zu bauen und dass das vielleicht auch eine auswirkung hat jetzt nach corona das ja dass teams eher größer aufgebaut werden müssen also wo jetzt nehmen wir jetzt mal ein beispiel wo es früher vielleicht ausgereicht hat im bereich von der teams arbeit zum beispiel fünf mitarbeiter zu haben ist es heute dann eher dran zehn zu haben also würdest du sagen dass sich das schon irgendwie verändert hat dass man eher darauf fokussiert sein sollte größere teams zu bauen ja ich meine der podcast ist kein teamleiter schulung deshalb will ich da jetzt nicht zu tief reingehen aber das das ist eine gewisse herausforderung und spannung denn eins der gründe warum teamleiter sich überfordert fühlen ist wenn sie zu viele menschen leiten müssen und für zu viele menschen verantwortung haben das bedeutet ja wir brauchen für ein und dieselben aufgaben auf der einen seite mehr mitarbeitende und gleichzeitig müssen die die strukturen trotzdem so geschaffen werden oder leitung so gelebt werden auch in den teams dass vermutlich auch leiterschaft mehr aufgeteilt werden muss sowas wie dass ein teamleiter auch ein ko leiter oder ko leiterin hat oder das ab einer bestimmten größe ja also wir sehen das ja in bereichen bei uns in größeren bereichen wie city light oder wie musikbereich dass wenn dann 30 mitarbeitende sind dass das eigentlich auf der einen seite ja es ist ein team ein city light team aber da gibt es noch mal 456 unter teams und damit auch wieder teamleiter also dann macht es halt irgendwann sinn einen dienst so zu strukturieren dass mehr leute in verantwortung kommen und damit mehr leute insgesamt dort mitarbeiten können ja genau das also das das ist das einige also die der wenige umfang und das andere was auch noch mal sich verändert hat ist dass leute weniger langfristig sich binden möchten sondern projektbezogen arbeiten möchten also die die machen eine zusage für ein bestimmtes projekt was eine begrenzte zeit dauert aber es ist schwierig leute zu finden die sagen ja ich sag jetzt ja und die nächsten was weiß ich wie viele jahre mache ich einen dienst immer weiter ja und das hängt natürlich auch mit dem anderen aspekt zusammen dass menschen häufiger ihren dienst wechseln das sehen wir auch auf dem job markt ich meine früher war es normal du fängst ja irgendwo an bei einer firma und das war ein großer wert wenn du im endeffekt bis zur rente bei der einen firma tätig bist und heute bekommen wir das ja in vielen stellen mit leute wechseln viel häufiger ihre jobs und das wird auch viel weniger kritisch gesehen als früher ja und das hat natürlich auch auswirkungen auch auf gemeinde wie hier mitarbeiterschaft gelebt wird das ist einfach teil auch der kultur und ja ich will das jetzt auch gar nicht unbedingt werten ja sicherlich treue und kontinuität hat ihren wert aber genau das andere ist genauso hat auch vorteile dass teams immer wieder neu belebt werden neue impulse kommen genau und so vorangehen okay vielleicht machen wir mal ein perspektivwechsel so ein bisschen und gehen betrachten das thema aus aus der biblischen perspektive man kann sich ja die frage stellen ja gut ich komme hier in die kirche ich besuche die kirche aber warum sollte ich überhaupt mitarbeiten gerade wenn es teilweise auch echt einiges von von mir fordert an zeit an kapazitäten an energie genau also warum sollte ich überhaupt nicht investieren und ehrenamtlich mitarbeiten ja ohne jetzt irgendwie eine predigt darüber zu halten aber ich finde das eindrücklichste bild was uns die bibel zeichnet ist einfach das des körpers mit den unterschiedlichen körperteilen mit den unterschiedlichen gliedern an einem leib und das ist schon genial wie was in diesem bild alles irgendwie drin steckt so dass das dass der ganze körper irgendwie nur funktioniert wenn wenn jedes körperteil so seine funktion wahrnimmt und dass gott sich richtig viel dabei gedacht hat dass die körperteile nicht alle gleich sind und die hand eine ganz andere ganz andere fähigkeiten hat als das ohr oder der fuß oder wie auch immer so aber aber man merkt natürlich das ganze funktioniert und nur gemeinsam jeder der schon mal irgendwie auch nur an einer stelle irgendwie verletzt war ja wenn du nur nur der fuß ist verletzt aber der ganze körper spürt etwas davon und ist beeinträchtigt in seiner leistungsfähigkeit und all dem ganzen und ich glaube das ist schon auch ein bild für gemeinde dass das dort wo einzelne körperteile ihre funktion ihren platz nicht einnehmen ihre berufung nicht leben das ist erst mal die ja ist vielleicht ein komischer begriff aber die leistungsfähigkeit des körpers also das wozu die kirche dann eigentlich in der lage ist eingeschränkt wird weil bestimmte glieder ihre berufung nicht leben ja und das das finde ich ist so ja das genialste bild und was für mich in diesem bild auch drin steckt ja was viele dann vielleicht nicht bedenken ist es gibt zeiten wo einzelne körperteile auch passiv sein ja also wenn ja ich hatte vor ein paar jahren eine achillessehnenentzündung und dann muss ich das natürlich schonen ja und genau so kann es zeiten geben wo einzelne glieder unserer kirche einzelne mitglieder unserer kirche verletzt sind schwach sind erholung brauchen zeit für heilung da sein muss und da ist es halt auch wichtig dass das genauso zu einem lebenszyklus eines körpers gehört und auch einer gemeinde gehört dass es auch zeiten gibt wo ja wo ein körperteil auch geschont werden muss und gleichzeitig gibt es auch die gefahr dass einzelne körperteile überlastet werden ja und dann da ist zu ungesunden dingen kommt so also aber das ganze macht schon deutlich das macht schon deutlich gemeinde funktioniert nur wenn der gesamte leib wenn alle ihren platz darin einnehmen und ich meine wir sind gestartet da waren wir alle ehrenamtlich irgendwann konnten die ersten menschen irgendwie angestellt werden und bezahlt werden aber trotzdem haben wir immer das können wir aus aus epheser vier auch sehen dass wir auch die aufgabe von leitenden auch angestellten nicht sehen als ich sag mal im fußballbild sind das nicht die stürmer sondern die trainer am ende sind auch wir vor allem dafür zuständig ehrenamtlichen zu helfen ihren dienst machen zu können ja bei epheser vier spricht man von der zurüstung der heiligen zum dienst und dafür hat gott die leitungs gaben auch gegeben daher wäre es absolut am zielbild der bibel vorbei zu denken ah man stellt ein paar leute an und die machen dann die arbeit und und dann so die bezahlen das ja die spenden ja oder wir alle spenden ja so und dann werden ein paar leute bezahlt damit die die arbeit erledigen und dann können sich die anderen ausruhen ich glaube egal wie viel geld wir haben würden würde das immer die schlechtere strategie sein weil das nie der vision und dem bild der bibel entsprechen würde weil diese schönheit von gemeinde erst dann durchkommt wenn 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 alle es mit gestalten und mit prägen ja absolut ja das finde ich schön wie du sagst mit dass je mehr leute ja sich einbringen und mitgestalten desto schöner wird 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 der körper desto schöner werden wir sage ich mal auch als als kirche für bonn attraktiver genau und ich glaube das prinzip aus erster kunter 12 zeigt ja ganz klar gott hat unterschiedliche begabungen geschenkt da haben wir ein komplettes paket von begabungen die dort aufgezählt werden und wenn man sich dieses ganze anschaut mit den gaben auch im ersten petros brief da heißt es ja dann schon dass die gaben dass wir sie einbringen sollen in der gemeinde mit dem ziel einander zu dienen und da ist jeder halt mit aufgefordert oder zu aufgefordert genau und ich finde es halt auch super spannend wenn man jesus selbst anschaut und markus 10 45 dass jesus selbst sagt ich bin nicht gekommen um irgendwie bedient zu werden sondern um zu dienen und ja diese jesus haltung einfach an zu einzunehmen in der kirche ist glaube ich total entscheidend genau absolut das ist eigentlich mein eine meiner lieblingsfragen wenn man so denkt so welche superkraft von jesus hätte ich am liebsten dann glaube ich ist für mich eigentlich das übernatürlichste dass jesus der gott ist bereit ist uns zu dienen menschen zu dienen also das ist für mich so eine krasse so so etwas heftiges ja also dass sie sagt ich komme um dir zu dienen um das das übersteigt eigentlich alles so und das ist schon mega inspirierend so und dem also davon können wir uns inspirieren lassen dem nacheifern und da glaube ich wird deutlich wie wie christliches zusammenleben aussieht ja also es ist jetzt auch schon ein paar mal so durchgekommen dass wir gesagt haben ehrenamtliche mitarbeit ist entscheidend es ist ein biblisches prinzip was dahinter steckt und auf der anderen seite genau gibt es da auch eben diese spannung dass man darauf achten soll dass es nicht zu überlastungen kommt du hast gerade auch gesagt es gibt auch phasen wo man ganz bewusst in eine passivität gehen darf und auch sollte wo siehst du bevor wir vielleicht gleich auf das individuelle kommen wo vielleicht grenzen sind wie viel aktivität gesund ist wo siehst du eine ganz konkrete verantwortung auch bei bei uns als leitung ja bei diesem thema ja also ich glaube erst mal ist es ganz entscheidend dass jeder teil von gemeinde sein darf und sein kann und zwar vollwertiger vollwertiges teil der gemeinde unabhängig wie aktiv er gerade ist vor einiger zeit mit jemandem gesprochen und ihn gefragt so hey kam seit einigen jahren und 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 ich fragte ihm ab welchem zeitpunkt hast du dich richtig zugehörig gefühlt und er sagt mir ja an dem und dem punkt da wurde ich gefragt ob ich ob ich da mitarbeite und da habe ich mich sehr darüber gefreut dann habe ich mitgemacht und da dachte ich okay jetzt gehöre ich dazu ja und auf der einen seite freut freut mich das und es zeigt auch welchen wert mitarbeit oft hat weil weil dort wo ich dinge wirklich mit gestalte und nicht nur in den reinen sitze merke ich okay ich ich bin wirklich hier irgendwie gehöre ich hier wirklich dazu und ein teil aber es hat mich schon auch ein bisschen mich selber kritisch hinterfragen lassen okay kann man bei uns eigentlich sich auch richtig zugehörig fühlen wenn man nicht mitarbeitet und das ist schon auch eine herausforderung für uns weil ich glaube dass es für manche menschen auch zeiten gibt die aus bestimmten situationen kommen und und sie wollen teil der gemeinschaft sein sind aber gerade nicht in der lage hier aktiv irgendwie in irgendwelchen teams mitzuarbeiten und dass das ist für uns wichtig auf der einen seite den wert von mitarbeit deutlich zu machen und das das an sich das prinzip aber gleichzeitig auch allen menschen zu ermöglichen völlig unabhängig davon wie viel sie gerade an kapazitäten haben und ob sie überhaupt mitarbeiten können oder nicht deutlich zu machen du kannst dennoch teil dieser gemeinschaft teil dieser kirche sein und aktive mitarbeit ist keine voraussetzung um teil davon zu sein so und das können wir natürlich sagen das können wir in persönlichen gesprächen übermitteln aber es schon auch die frage was für eine kultur prägen wie und leben wir und da sehe ich unsere verantwortung ohne dass ich jetzt in zehn punkte plan habe wie wir das so realisieren aber ich glaube da ist eine sensibilität notwendig so und auch nicht direkt wenn jemand kommt immer sofort okay welchen dienst machst du und was machst du und so den leuten zwar helfen ihren platz zu finden aber und das ist vielleicht so der andere punkt auf gar keinen fall druck zu machen weil gerade im kirchlichen kontext und das ist vielleicht so ein unterschied zu einem fußballverein und sowas ich meine da gibt es auch viele leute die richtig viel mitarbeiten und und sich voll einsetzen aber hier wird es ja sehr existenziell wenn es um glauben geht um ewigkeit geht um das zentrum des lebens geht und das letzte was wir haben möchten ist dass menschen aus druck oder aus einem schlechten gewissen heraus hier irgendeinen dienst tun weil sie denken naja das muss ich ja sonst bin ich kein guter christ oder wie auch immer und das versuchen wir natürlich zu prägen also keinen druck zu machen und den leuten zeit zu geben und es auch ja dem auch raum zu geben dass man so da ist das ist glaube ich ganz entscheidend und und das zeigt so ein bisschen eine haltung und da sind wir in der leitung sicherlich auch verantwortlich und jeder der auch ein team leitet und so menschen zuerst als menschen zu sehen und nicht als mitarbeiter menschen sind keine ressource sondern ich sehe den menschen dort wo er gerade ist was ihn gerade beschäftigt und nicht okay in welches team könnte der denn jetzt gut reinpassen und wenn ich den menschen sehe dann interessiere ich mich für ihn und nicht wo er reinpasst und wenn ich mich für ihn interessiere dann bekomme ich mit was ihn beschäftigt dann bekomme ich auch mit was gerade in seiner familie oder im job oder bei ihm persönlich gerade abgeht und dann wird es natürlich viel einfacher in anführungsstrichen ihm auch zu helfen zu gucken was ist für ihn jetzt gerade auch 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 überhaupt gut und was würde ihn eher überlasten und so etwas also in der ganzen mitarbeiterschaft auch dort wo leute schon mitarbeiten dort den menschen zuerst zu sehen und ihn nicht in erster linie als mitarbeiter zu sehen ist glaube ich so etwas was gerade alle die leitung und personalverantwortung haben und menschen führen ganz ganz wichtig ist genau ich glaube es sagt sich dann natürlich häufig leicht so wenn man dann aber sein gesamtes programm das angebot die verantwortung die man trägt dann vor augen hat kommt man dann ja häufig dann vielleicht doch irgendwie schnell wieder so in dieses projekt denken und aufgaben erfüllen und machen ich finde super spannend was der leiter blogger der lothar kraus was er prägt und was er sagt er sagt wir nutzen nicht menschen um unsere programme um unsere veranstaltungen weiterzuentwickeln sondern wir nutzen veranstaltungen projekte um eben menschen weiterzuentwickeln das macht er eben auch deutlich der mensch steht im fokus und ja ich finde es ich finde es total entscheidend und wichtig dass auch im fokus zu haben auch als teamleiter und ich glaube gerade auch im kirchlichen kontext so habe ich das bisher erlebt ist es fast mehr die verantwortung von teamleitern auch er die mitarbeiter manchmal zu bremsen und zu sagen hey so jetzt jetzt nimm dir mal irgendwie eine ruhige zeit anstatt sie zu motivieren noch mehr zu machen weil gerade im kirchlichen kontext mit ehrenamtlicher mitarbeiterschaft sind die meisten sowieso häufig hoch motiviert dann gas zu geben und zu machen und ich glaube dieses signal auch zu senden als leitung auch als teamleiter ja den blick dann für den einzelnen zu haben und zu sagen hey nimm dir ruhig mal zeiten der ruhe der stille auszeiten und sowas ist glaube ich total entscheidend und wichtig ne ja absolut also ich glaube ich meine dass das ist ein komplettes thema für sich aber ich meine allein wenn man so dinge hat wie okay man hat ein team meeting und ich sage immer jede dienstgemeinschaft muss auch glaubensgemeinschaft sein ansonsten wird es halt irgendwann schief ne also wenn die leute im team sind und denken es geht hier nur um meinen dienst und gar nicht um mich als person so ähm wir sind nur eine dienstgemeinschaft aber teilen gar nicht glauben und persönliches und so etwas dann ähm dann ist die gefahr halt viel größer dass jemand total in die überlastung geht ohne dass das irgendjemand merkt und allein wenn man sich regelmäßig irgendwie trifft und und in jedem meeting auch zeit ist wo man sagt hey wir machen jetzt einfach mal eine kurze runde und jeder kann mal kurz erzählen wie geht's dir gerade was beschäftigt dich ähm oder mal kurz jeder sagt mal wie ist so sein energielevel wie motiviert oder wie kraftvoll fühle ich mich oder wieso und man schafft dort auch als leiter ähm wo man auch schwäche zeigt und auch sagt ey gerade bin ich echt müde und das und das und sowas wenn man da eine kultur der offenheit kreiert und 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 wo das persönliche auch platz hat ja und aber auch ja eigentlich überall wo ich bin egal auch in jeder kleingruppe überall wo man ist dass dass das halt irgendwie raum hat dann ist das glaube ich ganz entscheidend ja ja würdest du denn sagen oder hast du für dich auch vielleicht ganz persönlich so gewisse kriterien anhand dessen du bewertest okay jetzt wird es zu viel aktivität ich meine klar du bist hauptamtlich aber du hast ja auch für dich hatten wir mal drüber gesprochen dass du gesagt hast du ehrenamtliche stunden definiert was auch dann noch mal ehrenamtlich für dich on top drauf kommt und gibt es da so kriterien die du für dich hast die vielleicht dann auch für den hörer und für die höheren einfach interessant sind anhand dessen man bewerten kann okay ist meine aktivität jetzt in der gemeinde vielleicht schon ungesund und ich sollte mal irgendwie eine pause einlegen also ich glaube das gibt in beide richtungen es gibt gesunde und ungesunde aktivität und gesunde und ungesunde passivität und es ist super individuell ja und zwar hängt es von unterschiedlichen faktoren ab das eine ist die eigene belastungsfähigkeit also wie viel wie viel kann ich gerade irgendwie leisten wie ist mein gesundheitlicher zustand meine kapazitäten all das ganze aber auch wie ist das von meinem umfeld wie in welcher familiären situation befinde ich mich gerade bin ich single bin ich verheiratet habe ich gerade ganz kleine kinder oder in anderen lebensphase und wenn wie wie also es gibt da ganz viele umstände die das sehr individuell machen ja und manche dinge die muss ich sozusagen mit mir klären andere dinge die muss ich eher mit nelly zusammen klären und zu überlegen und da hatten wir schon ganz am anfang des dienstes einfach geguckt und ja ich habe sozusagen 40 stunden job und dann rechne ich einfach okay ich rechne für mich ungefähr noch mal zehn stunden ehrenamt so dass ich sage hey wenn ich jede woche also ungefähr eine 50 stunden woche habe dann ist das etwas was wo wir merken als familie das funktioniert gut das ist ein gutes maß ich merke für mich ist das ein gutes maß von energie ich komme zu familiären sachen zu anderen dingen komme auch noch dazu hobbys zu machen und so also das ist einfach so etwas wo ich sage das funktioniert das und dann hilft das uns dann weiß dann weiß nelly bescheid vom umfang her ich weiß bescheid und man hat einfach etwas also ich glaube diese dinge abzuklären und abzusprechen nicht nur von so einer von so einer stunden anzahl sondern sich vielleicht auch im wochenplan zu machen an sich zu gucken welche zeitfenster habe ich für für welche dinge in meinem leben für welche bereiche und so und das dann auch abzuklären das hilft glaube ich mehr als sogar als nur eine reine stundenzahl und das aber auch immer wieder zu hinterfragen weil lebensumstände sich verändern und zu gucken okay das war vielleicht vor zwei jahren gut aber ist das immer noch gut oder hat es haben sich da dinge verändert und mir hat es auch irgendwann geholfen gerade auch nicht so sehr in zeitmanagement oder work life balance oder sowas zu denken sondern eher in energie management also einfach zu gucken was kostet mich auch wie viel energie und manchmal mache ich zwar eine sache acht stunden lang aber sie kostet mich weniger energie als etwas anderes nur zwei stunden zu machen und das ist auch sehr individuell aber das für sich auch herausfinden was an meinem dienst oder an sich in meinem leben kostet mich sehr viel kraft so manche dinge also wenn du sagst so meine kinder kosten mich gerade sehr viel kraft ja du hast dich für sie entschieden da hast du keine wahl aber in anderen bereichen des lebens haben wir eine wahl und dann müssen wir gucken und schauen wie 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 gehen wir mit unseren energie reserven um das bedeutet nicht dass wir nur dinge tun sollen die uns leicht fallen aber wir müssen einfach gut und gewissenhaft mit unseren energie reserven umgehen um nicht immer wieder und dauerhaft über unsere grenzen zu gehen also bei mir ist das so ein paar wochen keine ahnung wenn vor weihnachten mal zwei drei wochen nicht 50 sondern 60 70 80 stunden sind zwei drei wochen ist das kein problem aber wenn das zur normalität wird dann wird das familiären problem dann wird das für mich persönlich ein problem genau und das ist einfach etwas was sehr individuell aber auch mit familie und sowas am besten besprochen wird geklärt wird reflektiert wird und das am besten regelmäßig also da können wir von der kirche aus keine keine zahl geben wo wir sagen okay fünf stunden ist eine gute und oder und darunter ist zu wenig und darüber zu viel so da ist schon viel auch eigenverantwortung gefragt ja genau es ist ja super individuell ich finde das was du gesagt hast auch mit den phasen finde ich total hilfreich war erst vor einiger zeit mit einem familienvater seine kids sind jetzt schon groß aber der hat mir gesagt damals in der kleinkindphase war ich viel zu viel in der gemeinde und viel zu wenig zu hause und wenn ich jetzt irgendwie rückblickend anders machen könnte dann würde ich jetzt eher tauschen dann würde ich jetzt mehr in der gemeinde sein und habe jetzt auch mehr kapazitäten und in der kleinkindphase mehr zu hause also es ist häufig auch so ein phasen ding wo man einfach schauen muss in was für einer phase stecke ich gerade auch beruflich wenn jetzt beruflich eine veränderung ansteht dann habe ich da weniger kapazitäten genau und so ist es einfach ein total individuelles ding vielleicht eine eine letzte frage noch ich fand das spannend du hast halt gesagt es gibt eine gesunde aktivität und ungesunde aktivität es gibt eine ungesunde passivität und eine gesunde passivität was würdest du denn als eine ungesunde passivität bezeichnen ja ich glaube eine ungesunde passivität ist einfach ohne einen triftigen grund passiv zu sein also ich sag mal wenn mein arm verletzt ist dann muss ich ihn schonen wenn aber eigentlich total total funktionsfähig und gesund ist und ich schone ihn aber sehr dann baue ich eher muskulatur ab und dann ist das nicht förderlich für den arm also zu glauben das schönste leben ist einfach die ganze zeit zu chillen davon wird noch kein mensch wirklich glücklich und ich sag immer entspannung braucht auch spannung wo vorher keine spannung ist muss auch nicht entspannt werden und ich glaube dass es dass es kein menschen glücklich machen würden irgendwie sein leben lang am strand rum zu chillen und einfach nur irgendwie die sonne oder so genießen wir haben alle in uns drin das bedürfnis etwas zu tun was auch eine bedeutung hat das hat gott in uns hineingelegt so und und es gibt dann manchmal unterschiedlichste gründe vielleicht ist man von irgendetwas enttäuscht oder man hat man hat negative erfahrungen gemacht manche manchmal gibt es auch einfach so ungesunde denkmuster dass man denkt so ah oh ja ich würde da vielleicht gerne mitarbeiten aber ich werde da gar nicht gebraucht ich brauche ja keiner das läuft da schon super ja manchmal sagen dass uns leute und wir die wir drin sind können das gar nicht verstehen aber sagen ja ich hier in der gemeinde läuft ja alles hier wird ja keiner mehr gebraucht nein das ist ein falsches denkmuster oder oder ich kann das nicht ich bin zu schlecht dafür ja oder ich habe keine zeit also ich habe keine zeit ist kein jeder hat gleich viel zeit man müsste eher sagen dass es mir nicht so wichtig wie andere dinge das wäre die ehrliche antwort genau und das kann man ja machen das ist ja auch voll in ordnung man kann ja gerade sagen hey zurzeit liegt meine prioritäten hier und hier also bei meiner familie bei meinem job oder ich bin trainer im fußballverein super aber ich habe keine zeit das halt immer genau das ist in den seltensten fällen wirklich richtig sondern es hat meistens was mit der priorisierung zu tun und dann muss man natürlich verstehen da muss ich das ist hier noch mal wichtig zu sagen nicht aktiv in irgendeinem team der gemeinde zu sein bedeutet nicht dass man nicht aktiv am leib christi ist ja also es gibt genug möglichkeiten vielleicht pflegt jemand seine eltern vielleicht ist jemand trainer im fußballverein oder ist halt gerade mutter von einem baby oder kleinkindern und ist dadurch das alles ist dienst am reich gottes ist berufung leben und man darf die aktivität am reich gott im reich gottes und am leib christi nicht auf die teams in der gemeinde beschränken okay das ist noch mal wichtig und das ist aber natürlich eine herausforderung weil ich weiß ich weiß zum beispiel von nelly dass gerade in der kleinkindzeit dann ist man sehr auf dann die kinder fokussiert und nicht mehr so stark in der gemeinde drin und dann kann trotzdem das gefühl entstehen so okay ich bin da nicht richtig aktiv mit dabei weil man das natürlich nicht als als kirchendienst versteht sozusagen und da halt auch wichtig hey dort wo du gerade bist bist du gerade der körperteil der aktiv ist und nicht passiv ist sondern das ist gerade dein deine beruf aber ich sag mal sich einfach nur hin zu chillen weil man denkt ich bin nicht gut genug oder ich werde nicht gebraucht oder man ist enttäuscht oder man ist findet irgendwas wird man gern anders machen als da und deshalb bringt man sich nicht ein oder denkt einfach ach nee ich ja ich nehme jetzt ich mache jetzt einfach das was ich fühle und das worauf ich bock habe so ja glaube ich schadet man am meisten sich selber aber natürlich auch dem gesamten körper ja 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 und ich glaube gerade wenn man das was wir auch betrachtet haben die biblische perspektive da rein nimmt vom leib christi sie spricht ja eben von einer aktivität dass wir eben unsere begabungen unsere talente die gott uns anvertraut hat dass wir sie einbringen genau und dieser gedanke ist halt total wichtig und ich glaube den einfach hier nochmal reinzubringen und zu sagen der dienst und die aktivität im reich gottes beschränkt sich eben nicht nur auf diese vier wände hier auch in der kirche für bonn sondern es ist viel viel größer und viele aktivitäten sehen wir wahrscheinlich auch gar nicht und sie sind aber so wertvoll für das reich gottes genau ja wir haben jetzt schon einige zeit drüber gesprochen über dieses thema könnten wahrscheinlich auch noch länger drüber sprechen aber ich glaube wir setzen hier mal einen punkt ja wenn du diese folge mit hörst mit gehört hast und da irgendwie ja rückfragen hast oder sonst noch ideen gedanken anmerkungen hast kommen da gerne mit uns ins gespräch wir sind total dankbar für jeden einzelnen der sich hier innerhalb der kirche für bonn ehrenamtlich engagiert aber auch darüber hinaus einfach reich gottes aktiv lebt und damit einen unterschied macht und ja wir sind da einfach wirklich total dankbar und begeistert und uns ist ein großes anliegen dass wir eine gesunde kirche bauen dass wir niemanden irgendwie überlasten dass wir da einen blick füreinander haben und dass das in zukunft uns auch einfach noch stärker prägt dass wir diese kultur hier bauen ja genau ja ich weiß nicht ansonsten ob du noch was hast wenn ich nein also wir arbeiten da an an den unterschiedlichen dingen da werdet ihr in den nächsten monaten vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen weil es uns natürlich wichtig ist auch zu gucken wie können wir menschen helfen auch ihren richtigen platz hier bei uns zu finden aber natürlich auch in der begleitung von mitarbeitenden und wenn ihr auch irgendwie ideen und anregungen habt dann könnt ihr da gerne zu uns kommen wir sind da ganz interessiert und gewillt da auch immer zu wachsen als gemeinde und jeden einzelnen wirklich darin auch zu unterstützen seine berufung leben zu können und ich glaube dann können wir immer wieder einfach staunen was gott damit alles schafft und tut er hätte auch ja an der stelle der bibel heißt es wenn wir nicht verkünden würden dann würden die steine schreien also er bräuchte uns alle nicht er braucht uns alle nicht aber er will uns das ist ein großer unterschied ja und ich finde es cool dass gott nicht steine genommen hat sondern dass er uns menschen genommen hat und so unterschiedlich gemacht hat und gesagt hat ey ich will mit euch ja wirklich was bewegen auch hier mit uns in bonn und drüber hinaus und das ist ein riesenprivileg und ja ich bin ganz großer fan von davon mit so vielen leuten mit so vielen unterschiedlichen leuten so auch unterwegs sein zu dürfen ja ein super schlusswort dann bedanken wir uns für deine zeit dass du mitgehört hast und mit dabei warst und verabschieden uns von hier bis dahin bis denn bis dahin 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 bis dah